hallo und willkommen zurück zu minecraft after humans also irgendwie wir müssen mal eigentlich müssen wir nicht aber so eine eigene bären zu der ganz nett fällt wo man lauter bären haben aber niemand links vielleicht sehen kann habe ich eine idee grundsätzlich wir haben jetzt zeug bekommen und ich möchte das alles anbauen so was leckt das heute denn so aber das ist bei mir auf dem pc ich weiß nicht wieso ich würde vorschlagen wir tun unseren humo sammeln und zwar in einer dieser kisten was ja ich habe nur gerade keine ahnung in welche ich würde sagen ich sammeln mal den humus hier und schauen dass wir genug hier rein tun können mit der zeit moment weiß ich warum wir müssen einfach von bären sammeln und da brauchen wir eine größere plantage ich meine ja das haus hier ist noch nicht fertig das ist dem beiden punkt der links auf der dodo liste fehlt den schreibe ich aber demnächst noch hin dann ist aber die frage grundsätzlich was haben das haben wir dabei was haben wir dabei ich würde mal vorschlagen wir holen uns hier ein spitz häckchen noch raus und dann probieren wir mal was ich bin böse ne wir probieren was jetzt haben wir hier ein zweier aufgang ach ist egal ja das kann so wie es ist gehen ja was machen wir denn hier also das thema ist ich muss jetzt mal kurz selber gucken dass wir stufe 1 stufe 2 warte mal 1 2 3 4 da machen wir es hier ganz einfach 5 6 ach ja 7 8 9 ups ok jetzt habe ich glaube ich vergaloppiert aber ich muss hier noch jeweils ein ab machen so besser ja und eigentlich auch das hier und das hier muss eigentlich auch weg 7 8 9 10 ja passt schon so ungefähr so nicht fragen doch fragen was macht der herr hier was hat er vor nach übrigens wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht aber bitte ja kriegen wir ein bisschen kohle noch mit raus ähm gut ja und sonst so ok so dann möchte ich jetzt sagen habe ich hier einmal hoch ein ausläufer so jetzt könnte man erahnen was ich hier sagen will was ich hier mein es geht hier schon ein stück her dann habe ich hier wieder einmal so das müsste ich nachschauen ich mag aber gerade nicht egal hier geht es ums eck na auf nee zack bloß wir sind schon unter der oberfläche das ging dann aber schnell Ah, das ist immer doch noch nicht so ganz. Leider. Ja, was hat der Herr hier vor? Vor allem, wenn man die Farbe... Der Westzum? Teufel hat der hier vor. Vor allem zwecks den Päckelchen. Betänke die Farbe. Ich glaube, ich habe hier jetzt zu weit. Eigentlich nicht. Eigentlich so überhaupt nicht. Oder? Aber wenn ich mal sage, wir haben hier die erste Stufe, dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Wenn ich sage, wir haben hier die erste Stufe, dann 1, 2, 3, 4. Wenn ich mir hier passt, dann können wir das Ganze eigentlich so lassen. Genau, dann zählen wir mal Stufen. Wir haben eine Stufe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und eine gehen wir noch hoch. So. So, vielleicht. Wenn ich sage, dass wir hier auf unserem Ausläufer sind. Na mal 1, 2, 3. Wett. Was ist denn hier verbrochen? Wenn wir hier auf unserem Ausläufer sind. 1, 2, da haben wir hier noch 2. Ja, jetzt haben wir hier erfolgreich 3. Das heißt, unser Ausläufer. 1, 2, 3. Okay, passt. Ausläufer. 1, 2, 3. Okay, passt. Und dann möchten wir hier nochmal 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3. Und dann geht es, glaube ich, da schon beim ersten Treppchen auf 4 hoch, oder? Ja, genau. 1. Jetzt würde ich gerne rückgängig machen. Das kann ja doch gerade schlecht. Also, pass auf. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, ein bisschen. Bäh. Bäh. Ich mache nebenbei. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Entschuldigung. Ich meine, so schlimm kann es eigentlich gar nicht sein. Nein, nein, Satz. Nein, wir haben Licht. Wir haben Licht. So, lasst mich mal kurz gucken. Ausläufer haben wir hier Stufe 1. 2. 3, 4, 5, 6. Okay, das müssen wir nochmal neu zählen. Aber, und apropos neu zählen, jetzt dürfen wir hier dann auch schauen. So, so habe ich den besten Überblick. He, he. Ja. Yay. Jetzt lasst mich mal kurz gucken, ob das hier so passt. Also, genau, pass, 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 pass. Das heißt, wir haben hier Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und. Den. Ah ja, ähm. Ist noch ein bisschen auf, würde ich behaupten. Macht nix. Gehen wir so hin. Da müssen wir in die Richtung gucken. Genau. Genau. Schauen wir so hin. Da müssen wir hin. Das heißt, da haben wir einen Ausläufer und dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier 1 und dann nochmal ebenerdig. Hä. Da haben wir gelernt 1, 2, 3. Aber hier beim ersten 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mensch. Hier ist ein bisschen dunkel. Och. Fällt dir aber bald ein. Ah, wir kommen schon zu den erdigen, also erdere Geräten. bett also aber schauen wir mal kurz wie die lage ist also stufe 1 zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn dann würde ich ja eigentlich sagen ist hier der ausläufer quasi eigentlich eher so mal gucken und dann geht es eigentlich nur noch ein kleines treppchen nach oben hier und schon sind wir im prinzip fast da wo wir hin wollen fast also ich wusste nicht dass es hier so neben ist was wir jetzt daraus machen werden wir sehen weil hier oben sage ich gleich ganz einfach werden wir die felder hin machen ja wie weiß ich noch nicht aber schon mal so als kleiner hinweis ja hierauf gibt es den weg und natürlich werde ich hier wieder alles verehrten was viel wird ganz viel bett kommt mit ach ja so also her und ich glaube wir sollten uns hier mal wieder ein paar mitnehmen eins zwei ach ja so ich sage die bums bums ja ich würde sagen hier oben kommt irgendwo das schlafeckchen hin ich hätte gedacht nicht hier weil ich habe hier was vor da kommt doch mal so eine art auf weg aber erst für später bettchen machen wir machen wir hier unser kleines schlafeckchen wenn man sagt mit zimmern hier noch ein kleines wändchen hin machen wir hier ein schlafeckchen oder so weiß noch nicht ja ich spät haben muss aufpassen weil ich muss nachher auf eine beerdigung ja nicht so toll da ist noch nicht so ganz zu dann würde ich sagen essen dann möchte ich haben davon habe ich leider nicht genug stelle ich gerade fest wir brauchen hier noch ein paar so und das sind unsere neuen treppen denn ja ich werde auch hier brav dasselbe benutzen ja nicht so ach ja und eins muss ja darauf die to-do liste setzen was wir unbedingt machen müssen früher oder später ist ein friedhof den möchte ich aber auch da oben mit anknüpfen glaube ich da habe ich zu garten zeige ich euch gleich moment weil da war ja das sind ja verschiedene ebenen ich glaube die felder müssen wir mal kurz visite halten visite alte passt auf visite ich würde sagen wir haben hier recht reichlich platz wenn wir das hier ein bisschen leider gutes ein ebnen oder wir machen das steppenweise das heißt ich würde sagen man kann ja hier so ein kleines mutterliches feldchen flacken direkt hier neben dem aufgang oder beim aufgang kann das ganze hier machen kann dann wenn wir das richtig gestalten hier ein feld machen da ein feldchen machen noch 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 ein feldchen machen und so weiter und so fort das heißt wir bauen hier einfach brav felder hin und wenn wir hier felder hin gebaut haben ich weiß nicht so vier mal vier felder sind glaube ich ganz voll oder fünf mal ich muss gucken wie wir das müssen wir auch ein ebnen dann können wir hier noch ein feldchen machen dann ebnen wir das auch minimal ein machen feldchen was der blog hier in der luft macht das wird mich mal jucken hier unten ist unser daheim macht den blog Ich denke. Ja. gefährliche Geschichten hier. Und ja, ich hab hier verschwendet. Und ich würde sagen, unser Friedhof kommt hier hin. Und ja, auch der soll ein bisschen steppweidig, also ein bisschen stücki, stückeli bumsi sein hier. Ja, dann würde ich sagen, Friedhof wird gebaut, Dings wird gebaut. Wir bauen hier demnächst recht viel. Neben unserem Pfarrer finden. Aber 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, ich hab überlegt, ob ich hier einen Fehler gemacht hab, ob er es scheint zu passen. So, da steht fest, was mir die nächste Zeit zu treiben. Ich würde sagen, ich tue mal schon mal... Nein, ich hole erst mal kurz Magnetid. Naja, und das soll auch mal überdacht werden, hier dieses Äckchen. Soll mit ein bisschen ans Haus angebunden werden. Da hätte ich die Idee, dass wir das dann hier so machen. von hinten anbinden. Und dann kommt man hier so da raus. Hätte ich gedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Blöcke mir rein müssen. Vor allem, wir müssen da noch ein Treppchen nach unten, ne? Ich würde sagen... Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Was wir haben hier... 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Und dann würde ich nämlich sagen... Machen wir unseren... Klick nach unten bereits hier. Ja. So in der Richtung. Ja, so in der Richtung ist glaube ich gut. Ich überlege, ob wir es sogar zweibreit machen. Äh... Zack! Mal gucken, mit was wir das auskleiden. Aber letztlich halt so, ne? Und dann halt schon gesagt, dass man das da so eingrenzt. Ja. Ich habe endlich mal Ideen. Und bin bereit, was dafür zu... Und bin bereit, es zu tun. Naja, und da haben wir halt auch endlich unseren Aufweg, ne? Ich meine, ja... Es ist halt... Wir haben ewig große Aufwege. Gebe ich zu. Und apropos Aufweg, hier fehlt ein Zaun. Aber ja, ich... Na genau, dann würden wir so gehen. Ich meine, natürlich auch von außen erreichbar. Aber dann wären wir hier. Und könnten dann... Ich habe doch... Zaun bestimmt in der Baukiste, hier. Ich hatte Zaun hier in der Baukiste. Habe ich hier Zaun. Hebel. Ist Zimmermanns logischerweise. Weil... Hier, Zaun. Ich würde sagen, dann gibt es jetzt hier Zaun. So. Rein da, rein hoch da, weiter da, zack. Ich finde, dann haben wir recht alles ein wenig verknüpft miteinander, oder? Ich meine, wenn man am Berg wohnt. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Wenn man bedenkt, dass... Ich meine, man könnte es dann machen, dass man... Ne, macht man nicht. Na, und dann würde ich vorschlagen... Ich weiß, wir brauchen hier noch gescheite Fackeln. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das hast du, wir machen hier eins drauf. Da kommen mal die Zimmermannsfackeln noch drauf. Was haben wir für eine Zeit? Schaffen wir das noch? Andere Frage. Müssen wir hier noch eins hoch? Eins, zwei, drei. Es sind drei zu wenig. Im Ernst? Müssen wir hier noch eins hoch? Wie müssen wir das machen? Also, eins, zwei, drei. Ne, hier haben wir auch drei. Wir sind hier aber, glaube ich, eins später runter. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei. Dann müssen wir von unten anfangen. Das heißt, wir werden hier hochgehen. Mäh. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja, mal vier. Das heißt, hier sind wir überall noch einen hoch. Das heißt, wir müssen hier die Treppe... Das fixen wir noch schnell. Und den Rest schreiben wir auf die To-Do-Liste. Das heißt, wir sehen also. Das heißt, wir können hier drauf. eins zwei drei ich mein es geht ja hier besser runter okay das heißt das war hier auch okay ok 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 1 2 3 da müssen wir jetzt auch von oben runter gehen schuldig sagen weil ganz schnell ich das jetzt nicht und dann ist die frage passt das wiederum 1 2 3 das sieht passend aus hier fünf das ist auch in ordnung ich will mal rückgängig machen so ein quatsch weil da haben wir 1 2 3 aber hier mal 1 hier haben wir es doch schon 1 2 3 4 hier fehlt es noch ja würde sagen so könnte man es machen find zwar so schöner grad aber so könnte man es machen glaube ich ja sowas in der art dann kann man hier auch schöner runter laufen glaube ich weiß ich nicht hoffe ich so aber nicht vorschlagen wir machen mal ganz kurz was und zwar das da blenden wir wieder ein und zwar was hast du das für eine leistige drin das brauchen wir nicht aber gut dann bitte soll halt eine leistung wenn schon zu lang ist also weg nach oben den zimmer gerade dabei ok ich mache da oben hier die erde schon wieder weg ähm fackeln des zimmermanns also dings ok dann haben wir hier noch ähm auf ne doch ne doch ok felder friedhof bauen ok äh friedhof zeug unterdachen dachen ja zeug unterdachen und was brauchen wir noch also zeug unterdachen lein lager unterdachen um mauern balkon keller ausbauen so denkt es ist genug und ich wenn ihr sagt ach du noch mal gucken ob das jetzt reicht von der höhe ja das reicht von der höhe er ist zufrieden so dann haben wir im prinzip also weg nach oben bauen sind wir dabei in arbeit oder anders das tun wir gerade gut würde ich sagen mit dieser somit spiel thomassen beendet ich glaube ich den das ganze hier ich müsste ja auch so langsam ja ich müsste so langsam ja äh mich fertig machen würde ich sagen leider es beginnt es beginnt in der stress weil ich habe da nicht so richtig lust drauf gut wer hat schon lust auf beerdigungen aber nutze stiefchen 1 2 3 4 ach ich habe keine ahnung das schauen wir mal das schauen wir mal ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal dann auf wiedersehen bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal